Scheiße, wo sind wir jetzt in der Eiswüste gelandet? Dreck, Alter. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, ich lasse es auf mich zukommen. Lass die Eiswüste laden. Okay, ich habe mein Schwert schon gezückt. Darüber steht er. What the fuck? Irgendwas funktioniert nicht so ganz. Bin ein bisschen schnell unterwegs gewesen. Die Schuppen von den Augen fallen und ihr werdet verstehen. Taschenspieler-Tricks. Das ist keine bloße Illusion. Wo sind wir? Seht selbst. Folgt mir. Okay. Äh, jetzt, was kommt jetzt? Wir sind in der Eiswüste. So viel habe ich verstanden. Wo sind wir hier? Was zum Teufel ist das? Wo hat er mich hingebracht? Was ist das hier? Okay. Ihr habt die von Eis umhüllten Türme Visimas gesehen. Versteht ihr jetzt? Was wollt ihr? Das ist die Zukunft. Der weiße Frost hat die menschliche Zivilisation vernichtet. Was? Verlässt uns der Mut. Kapitulieren wir? Niemals. Noch können wir unser Schicksal abwenden. Spart euch die Rhetorik. Begreift doch. Der Orden und die Salamandra wollen nur die Menschheit retten. Jeder Verbrecher schützt edle Gründe vor. Euch mangelt es an Demut. Oh, 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 oh. Ich ahne. Nein. Oh Gott. Was zum Geier? Was ist los? Ich verstehe gerade überhaupt gar nichts. Okay. Muss ich mich jetzt durchkämpfen? Sollte kein Problem darstellen. Ich laufe einfach durch. Hui. Okay. Wenn Ausgängen die Möglichkeit finden. Ach du meine Fresse. Was ist los? Ich sehe gerade gar nichts. Muss ich das umhauen? Okay. Aua. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist. Aber irgendwie packt es auch rum. Ah, jetzt hauen die Dinger ab. Okay. Können ich durch. Triss. 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 Der Unerwartete erwartet euch dort. Wie kommt ihr denn hierher? Ihr seid stärker als der Großmeister dachte. Ihr habt mich herbeigeben. Triss. Der Großmeister ließ euch in eine Vision der Zukunft in seinem Kopf. Doch ihr habt eure eigenen Visionen und Geister mitgebracht. Okay. Also ist das alles nicht real? Dies ist mehr als nur ein Traum. Solltet ihr hier sterben, wäre euer Tod durchaus real. Danke, Triss. Ich begleite und helfe euch. Gehen wir. Nur ein Schneesturm folgt uns und dahinter ist nichts als der Tod. Okay. Dann. Okay. Machen wir aber nichts irgendwie. Ich habe ein bisschen Alkoholrausch. Ein bisschen verschwommen. Es tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. Aber ich werde es überleben. Triss hilft mir. Triss ist auf meiner Seite. Aha. So. Und zack. Tschüss. Triss hilft mir. Wir haben viel zu erledigen. Irgendwie kann ich schneller rennen. Das ist irgendwie geil. Das gefällt mir. Mach's platt. Ich habe extra mein Schwert geschliffen für dich. Ich habe gerade noch mal. Wie lange das hilft. Katze. Schau es auf zusätzlichen Schaden. Schnellsturm. 30 Minuten. Okay. Ausweichen. Das muss ich auf jeden Fall behalten. So. Wo geht es weiter? Da. Oder? Oh nein. Die Hexe. Das stimmt doch gar nicht. Was für Menschen. Ihr sprecht wie immer in Rätseln. Seht die Überreste der Menschheit. Affenmenschen. Verachtenswerte Kreaturen. Einige davon sind meine Ur-Urenkel. Das sind Menschen? Der weiße Frost verwandelte Menschen in Bestien. Die nur an Fressen und Fortpflanzung denken. Ihre niedersten Instinkte treiben sie an. Wie den Lünchmob. Vor dem ihr mich gerettet habt. Ich bin euch dankbar. Nehmt mein Geschenk an. Was ist das Geschenk? Schwalbe habe ich bekommen. Wow. Danke. Ich habe schon eine Intus. Das ist der Schneesturm. Da kommen die Totenklopfer. Aha. Ich habe mega gut ausweichen irgendwie. Jetzt ist es auch auf meiner Seite und haut die Gegner mit Blitzen um. Das ist auch ganz geil. Das weiß es mir aber. Aha. Und zack. Es ist mega viel los hier. Das ist heftig. Aber Triss, wir werden das hinbekommen. Ah, hallo. Wer ist denn da? Kann ich speichern? Dann mache ich das doch gerade nochmal. So wie es aussieht, treffen wir jetzt endlich auf den Großmeister. Attacke. Attacke. Ich will schnell nicht auf die Zulaufe. Ihr habt unsere degenerierten Urenkel gesehen. Ihr begreift doch sicher, warum ihr euch meinen Plänen nicht entgegenstellen dürft. Nö. Was verbindet eure Verbrechen mit dem Klimawandel? Nur ein unerschrocken umgesetzter Plan kann die Menschheit vor dem retten, was ich in meinen Visionen gesehen habe. Vertraut ihr euren Tagträumen so sehr? Ich habe nie um diese Visionen, diese Gabe gebeten. Aber ihr entscheidet über den Gebrauch. Ihr bestandet oft darauf, spezielle Gaben für die gerechte Sache zu nutzen. Ich habe die gerechteste Sache gewählt. Millionen Leben retten. Und dafür beendet ihr hunderte andere. Sagt den Seelen, die hier wandeln, sie hatten kein Recht zu überleben. Okay, mache ich. Ich darf mich nicht durch die Vision des Großmeisters täuschen lassen. Okay. Dann lasse ich mich nicht täuschen. Wir gehen weiter. Hallo, wer bist denn du? Mich könnt ihr nicht aufhalten. Der Tod folgt euch nach. Wer bist du? Oh, Alter. Huch. Äh. Ich sehe nichts. Aha. In der Erscheinung der wilden Jagd. Scheiße, Triss, hilf mir. Ich muss hier weg. Jetzt häng ich hier echt zwischen Triss. Okay, Triss, machen wir mal einen Platz. Jetzt gehen wir nachher raus. Okay, Erscheinung der wilden Jagd. Oh Gott, was ist hier los? Mhm. Mhm. Wo ist sie hin? Okay, das war's. Alles klar. Weiter geht's. Komm, darf ich mich nicht ablenken lassen. Hallo? Ihr habt mich getötet. Und doch freue ich mich, euch zu sehen. Hm. Es gibt Schlimmeres, als im Kampf zu sterben. Ich gehe jetzt vor Triss nix damit zu sagen. Ich wurde nicht Soldat, um im Bett zu sterben. Ich kam, um an eurer Seite zu kämpfen. Unsere Bande sind stärker als der Tod. Zieht euer Schwert. Nochmal? Oh Gott. Ah. Okay. Danke, Ryla. Ist cool. Ist cool. Danke, Ryla. Aha. Ah. Tschüss. Das ist jetzt geil. Also das mit dem Schnellrennen, das ist irgendwie ein Bug. Ich hab jetzt keinen Trainer oder so. Irgendwas. Da fällt sich wirklich wundern. Ich kann nix dafür. Echt nicht. Obwohl es ganz witzig ist. So schneller hier durchkommen. Die Gegner muss es trotzdem besiegen. Aber das ging mir auch hin. Ich hab Freilau auf meiner Seite. Ich hab Triss auf meiner Seite. Großmaster kann einparken. So was von. Tschüss. Und weiter. Ich weiß nicht, wie viele Folgen sich das, dieses Endszenario noch durchzieht. Ist mir eigentlich auch egal. Mach weiter. Ich weiß nicht.